da sind wir auch nicht mit mir da geht halt nicht siehst du doch auch selten ist können wir diesen steine ja weg mit dem boah das ist der einzige der die steine der kann springen der kann die steine der tisch kann schwimmen und der kann gar nichts machen wir den weg die brauchen wir nicht oder klicken wir auf status bitte darauf reiten monsterruf und fastbombenanstalter das bügt einem gegen den schaden zu jetzt die bindungsfähigkeit monsterrufe ist einfach was führe das riding aus um andere monsterrufe zu imitieren und einen kampf zu starten das zu verhindern führe das riding erneut aus wir check es nicht ja gehen wir zurück jetzt die nestilla werde ich auf jeden fall auch mitnehmen weil ich sie gar nicht imitiert bin ja so krass aus oder nimm die nummer boah die sehen beide voll geil aus nimm die mal mit auf jeden fall und hau den scheiß da rum die weg oder den oder guck mal was die reiten kann die ist aber nicht so stark die voll kräht dann sage ich doch die spinne kam das und sollen dann kommen die weg zu ja ich gegrüßt nein warum bist du dabei geh zum schmied Du musst die Beine da weg tun, damit die Beine zwischen Miko und deiner Stimme sind. Ich wollte schauen, ob du noch... Da schau! Ja, Lothra of Quest. Wie witzig. Wie die Bache? Was? Ja, weil sie sieg. Ich auch nicht. Ja, das ist halt ein Ding, ne? Hier, ein Jagdhaar. Hier sieht sie richtig cool aus. Wie ein Meg. Neon Genesis Evangelion. Die schauen ja wie so ein Engel. Ja. Oder Eva. Ne, Engel heißen sie. Ich glaub Engel. Der sieht richtig geil aus. Find ich auch richtig cool. Schau mal, was die Dinge sind. Boah. Richtig nice. Boah, das sieht schick aus. Schau mal, wie es glänzt. Voller die Wald. Wir haben Möchen. Schmuckes Popöchen. Schau mal, die hast du besser, ist viel besser. Ja, ist klar, dass die weniger bringt jetzt momentan. Ja, weil wir die halt verbessert haben. Ja. Aber die eine, die wir gehabt haben, die hat glaube ich 26 am Anfang erst gehabt. Und die hat direkt 30 am Anfang. Wahrscheinlich gar keine Ahnung. Nee, du hast gar keine Ahnung. Habst du gerade gesagt? Ja, bist du sicher? Ja. Besser noch. Nee. Also ich muss das jetzt sagen. Na, diesen Korb. Hö. Schickes Teil. Finde ich echt gut. Also ich wäre halt auch, also Großschwert finde ich halt auch einfach gut, ne? Also der Hammer, ja. Sag Vogelwibernjäger. Bügt einzelnen Gegnern nicht elementaren Schaden zu. Eigentlich müssten wir für, äh, für diesen einen Typen noch so einen Schaden. oder so Großschwert machen. Schau mal, das hat Schlaf. Was? Mach das mal. Was? Das sieht echt nach einer Hommage. Du schaust gerade in Neon Genesis Evangelien. Ist ja voll was. Das ist übrigens, äh, das Lied bei Neon Genesis Evangelien. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Totgesuchtet. Auf Perfekt. Aber ich meine nicht auf Perfekt, wie ich habe alle Tasten getroffen, sondern ich habe alle Tasten auf Perfekt getroffen. Also auf Gut getroffen. Es gibt ja nur Gut. Und ich habe, äh, ich habe wirklich lange gebraucht. Äh, wirklich lange. Äh, hab mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, und, äh, das Lied habe ich so ein bisschen totgesucht. Das muss ich, muss ich gestehen. Aber ich höre es immer noch ganz gerne. Ich mache die neue Sellerrüstung. Ups. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Scheinbar. good boy. Ich bo konnte생, dass die Seller oder woche k Branke Pfeiffer. 빨, ziehe ich Democrat. Ich bin klar, ich dachte. Senbei, wenn da ein Blöden, pfeite ein. Ja, es hat mir auch, also ganz ehrlich, es hat mir ja auch ein bisschen Nerven gekostet. Dank gemacht hat sie. Ach, es war, es war eine gute Zeit, es war eine gute Zeit. Haben wir nur ein Problem. Können sie nicht einmal verbessern, weil wir nicht geteilt werden. Ja, dann... Ach, die Teile? Was geht das für Teile? Warte mal, wie stark ist unser Momentaner? 42 hat der. 55 der Hammer, ne? Nein, würde er werden, wenn wir ihn verbessern. Ach so. Ja, und da die Nerfilla Klinge, die hat nämlich nur 31. Schau. Sollen wir jetzt trotzdem mal versuchen? So. Da haben wir noch 8, da brauchen wir mehr von diesen Bahnen. Gnara, Bra, Hansan. Das würde, das erste Material würde sogar gehen. Die ist ein bisschen besser. Ne, ist sie nicht. Die ist noch 3, also die ist nicht so gut. Aber die könnten wir... Wespoidenflügel haben wir keine. Ach, aber die sind so viel cooler. Müssen wir erst drauf hinbearbeiten. Ja, Wespoidenflügel brauchen wir in Arsch voll. Und Geld brauchen wir. Wir bitten die mal aufhören müde zu sein. Wir sind schon bei 21 Uhr. Und das Problem ist auch, liebe Stream nicht nur erst eine Stunde. Ich habe Aufnahme gedrückt. Das nimmt erst seit 30 Minuten auf. Wie bei Ebenen Wüstenblüter. Kirane, Mann. Und hier nach Babdar. Daktus wieder heute. Boah, 500 Senning, ne? So. So, das ist der Scan-Tray. So, ich muss noch erledigen. Habe ich schon freut gemacht. So, das haben wir noch keinen gesehen, glaube ich. So, einen haben wir noch gesehen. Ich meine, wir schaffen jetzt den. Was ist das? Ja, Mann. Das ist das. Ja, Mann. Das ist das. Ich weiß nicht, dass... ich bin der tp aber der steller koenigs loot drop ist direkt auf der 6 wollen die noch mal annehmen ja geil weißt du wie soll ich die denn noch mal annehmen ja natürlich ist das nicht erstmal so ja ne aber nicht auf spagetten nein 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 die ist lecker nein echt lecker nein doch nicht geschmeckt nein 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 hat nicht geschmeckt nein quatsch hat gut geschmeckt nein so hat schon gut geschmeckt ich will aber lieber Toast warum isst du die Nudeln nicht? du magst die Nudeln viel mehr als ich du wolltest die Nudeln du hast gedacht du isst mit ja du hast gesagt du willst sie essen ich hab gesagt okay ich ess mit und ich hab mitgegessen ja und willst du nicht mehr essen? nein müssen wir gar nicht wieso wieder verliebt ist wenn ich's immer mit der Entscheidung dann sagst du am Ende immer du willst was anderes essen ich guck gar nicht ich guck gar nicht ich guck gar nicht nein warum isst du denn keine Nudeln? ich will keine Nudeln dann gehst du nicht zu dem blauen? was war das? ich hab geschrien weil jetzt hatten wir die Nebenquest ja aber nirgends ist okay ja aber nirgends ist okay ach ne wir sollten vielleicht einfach mal die Hauptquest machen vielleicht kriegen wir dann ein höheres Level bei diesem Ding damit wir unsere coole Spinne mitnehmen können ich glaube ich spinne da wollen wir nicht rein oder? ja mhm okay ich kann's ja was auf was andere bereiten ne cool cool das ist überwiegend cool dann geht da ja gehen wir aber rein und die mit einer Zilla machen Spaghetti mit ihrem Po ja oder Zilla machen Spaghetti mit ihrem Po ja wird meine besser oder willst du das wissen? möchtest du lieber Spinnenpupo Spaghetti essen oder möchtest du lieber meine Spaghetti essen? Man muss sich erst aber nachdenken. Wie muss die töten? Boah, das war heftiger Damage. Die ist ja erst 346. Da geht Körper. Da geht Körper. Okay. Vielleicht wäre es auch sinnvoll. Was war das Monster, das uns am meisten E.P. gebracht hat? Haben wir nicht bei irgendwas 2700 E.P. bekommen? Vielleicht wäre der nur noch ganz gut. Also vielleicht wäre es noch den Monsterbau sinnvoll, ihn nur auszutöten. Einfach bei Schlafschläger. Womit soll es sein? Ja, da unten halt, wo der Nebenquest opfer. Ja ne, der war ja nur für die Quest damals da. Man kann doch die Nebenquest bestimmen. Ach ne, das ist so ne Nebenquest. Vom Gildenmeister weißt du? Ja. 이게. Ich muss doch hoch. Da ist doch immer, da kommen wir her. Da kommen wir her, nicht da lang gehen. Ich habe rausgegangen aus dem goldenen Bau. das wäre blöd gewesen das wäre auch blöd gewesen da hoch du bist jetzt aber noch nicht müde keine Ausrede mehr die Verwirkung beendet nein wir brauchen doch viel mehr EP wir müssen planen, oder? so was jetzt? nehm ich das? ja wir haben ja die nehm ich das gehabt mit dem EP schon, oder? oh wir kriegen die wenig EP das haben wir ja gerade erreicht ja gibt es daraus Kilo drauf da, wir haben ne Kilo drauf bis nach Bad Bar hallo wie bleibt? die müssen wir nicht töten ne? die droppen irgendwas verbrauchten eigentlich dachte ich ich bin nicht mehr ich bin nicht mehr nicht mehr ich bin nicht mehr die droppen das ist der Oha, Maxi, das ist ne Ration. Das ist ne normale Ration. Meinst du die schaffen wir? Die schaffen wir eher, das ist keine Mutanten-Ration. Sieht auch so schön wie die rosa Ration, nur in grün. Selbe in grün. Uralte Bohnen. Achso, das sind diese Güter, die wir gebaut haben. Voll cool. Nein, das war das, was wir gerade eben schon hatten. Was war da drin? So, da war ein Ding Diablos drin. Boah, was ist das? Das nehme ich mit, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nochmal. Bitte? Du meinst. Ja, wohl doch nicht. Boah, die sieht echt gefährlich aus. Ja. Boah. Boah. Boah, die ist so schön. Was geht ab? Ich hab wieder Angst, ne? Ich hab wieder Angst, ne? Ich hab wieder Angst. Ich hab wieder Angst. Ja, hier hab wieder Angst vor. Ich hab wieder Angst vor. Du bist so gut aus. ja du musst es reiten machen Rippen.